Hallo zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, endlich ist er raus, schon seit ein paar Tagen, der neue Katalog von Safari Limited für 2023. 23, toys that teach, so der Leitspruch von Safari Limited. Ja, wir haben hier 180 Seiten vor uns und das werden wir uns heute hier zusammen anschauen. Ja, eigentlich habe ich euch schon alle Neuheiten in mehreren einzelnen Videos gezeigt, hier alles nochmal zusammengefasst. Vielleicht finden wir auch noch die eine oder andere Neuheit, auf jeden Fall den Terezinosaurus, den habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich dachte immer oder ich habe gehofft, dass da mal ein paar Rundumbilder rauskommen, aber es gibt halt nur eine Frontalansicht und das werden wir hier garantiert auch in diesem Katalog finden. Gut, dann blättern wir hier gleich mal durch auf die ersten zwei Seiten. Auf der linken Seite seht ihr Alexandre Perienti und seine Familie, Eigentümer von Safari Limited. Alexandre, many greetings at this point, I hope you and your family are doing well. Auf der rechten Seite sehen wir schon die Unterteilung, die ganzen Spatten, die es hier zu finden gibt und ich springe hier gleich weiter und es geht los mit Bernie the Gator, ja, das Maskottchen von Safari Limited. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, nur ganz grob bei den Neuheiten bleibe ich kurz stehen. Mir geht es nur darum, dass ihr einfach nochmal einen Überblick bekommt über alle Figuren, die es aktuell noch im Safari Limited Programm gibt und was hier so alles demnächst neu kommt. Ob es dieses Jahr noch passiert oder ob wir bis nächstes Jahr warten müssen, wir werden sehen, es kommt halt wie es kommt und ich freue mich über jede neue Figur. Also links Bernie, rechts geht es schon los mit Dino Dana. Ist eine TV-Show, eine TV-Serie und dazu hat Safari Limited auch einige Figuren rausgebracht. Nicht alle neu, ja, ein paar sind auch schon ein bisschen älter, wie zum Beispiel dieser gefiederte Tyrannosaurus Rex. Großartig, habe ich euch bereits schon in einem Video hier vorgestellt. Auf den beiden Seiten geht es hier ebenfalls weiter mit Figuren zu Dino Dana. Links haben wir junge Dinos, Baby Dinos im Ei, rechts auch noch und einen großen Tyrannosaurus, einen kleinen Rex. Die haben alle jeweils eine Augmented Reality, das heißt, ihr könnt sie, naja, zum Leben erwecken, wenn ihr euch die App runterladet, ja, dann könnt ihr da ein bisschen Spaß mit haben. Dann hier links ebenfalls noch Dinosaurier zu Dino Dana. Hier findet ihr auch den einen oder anderen bei mir hier auf dem Kanal. Dann gibt es auf der rechten Seite Safari Puzzles, also verschiedene Wildtiere oder Themen, beziehungsweise Cover der verschiedenen Kataloge, die ihr hier zusammen puzzeln könnt. So, dann, Good Luck Minis, da gibt es massenhaft, da werde ich mich jetzt nicht allzu lang dran aufhalten. Ihr seht hier schon die einzelnen Themen. Exotischer Funpack, Wüstentiere, Farmtiere, Wildtiere, Dinosaurier, Ozeantiere und so weiter und so fort, bis hin zu mystischen Figuren, sprich Drachen, Einhörner und Co. Ja, und hier geht es auch weiter mit mehr Packs und rechts. Ja, es gibt auch, wie soll ich sagen, größere, runde Plastikboxen, die voll sind mit den jeweiligen Figuren, wo dann ein paar hundert Stück drin sind oder so irgendwie was. Ja, sowas haben zum Beispiel Arztpraxen oder Spielzeuglehrer, was weiß ich, wo du dir dann irgendwie eine Figur mitnehmen kannst. Ja, gerade für Kids, kleine Minifiguren. So, weiter geht es mit mehreren einzelnen Geschichten. Falls es euch hier zu schnell geht, dann haltet einfach kurz das Video an, dann könnt ihr euch die Figuren in aller Ruhe anschauen. Darum klicke ich hier mal relativ flott durch, bis wir zum nächsten Thema kommen. Und hier haben wir sie auch schon, die Super Tubes. Das sind Röhren mit entsprechenden einzelnen Themen. Hier sind die Figuren allerdings schon ein bisschen größer. Also bei diesen Figuren hier sprechen wir von, was weiß ich, ein, zwei, drei Zentimeter. Also mehr haben die von der Größe her nicht. Diese Figuren sind, denke ich mal, so zwischen sechs und acht Zentimeter. Also schon ein bisschen größer. Hier haben wir zum Beispiel Friendly Fairies, diverse Elfen und eine Schnecke dabei. Dann haben wir hier das antike Rom. Darunter haben wir Fantasy, also Elfen und Drachen. Immer in so einer Röhre. Manche sind rund, manche sind viereckig. Kriegt ihr auch alles hier bei uns in Deutschland, in verschiedenen Online-Shops. Oder vielleicht habt ihr auch einen Händler in der Nähe, der die Geschichten hat. Hier, großartig für Halloween. Der Zombie-Pack, das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Großartig. Dann haben wir hier Krippe-Figuren. Wir haben hier die USA und ganz neu die freundlichen Monster und die freundlichen Aliens. Das ist mal ein bisschen größer. So, dann kann man das auch ein bisschen besser sehen. Ganz verrückte Sachen dabei. Ein Baum-Monster. Ein liebliches Skelett. Ein Monster mit vier Pupillen oder was. Dann ein Kopfhörer-Monster. Ein Vogelaugen-Monster. Ein cooles Monster. Darunter haben wir hier die freundlichen Aliens. Hier haben wir ein Spider-Alien. Ein Schnecken-Alien mit einem Schweinchen-Kopf oder was. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus. Dann haben wir hier ein lilafarbenes Alien. Ein Hand-Alien. Ein Drück-Alien. Und, was ist das? Eine Katze und ein Oktopus. Katopus-Alien. Auch nicht schlecht, ne? Also, das sind auf jeden Fall Neuheiten für 2023. Vielleicht erscheint es auch 2024. So, weiter geht es hier. Mit weiteren Tubes. Hier haben wir die Party-Animals. Die sind auch neu. Komm, ich mache es nochmal kurz ein bisschen größer. Die sind nett. Mit denen könnt ihr Spaß haben. Geburtstage-Tisch-Dekorieren oder so. Also, der Alligator mit dem Schleifchen. Gorilla mit dem Hut. Elefant mit einem Ballon. Renozeros mit einer Tröte. Löwe mit einem Schleif. Schlips. Hippo mit dem Hütchen. Ne? Die Mermaids sind, glaube ich, meine ich, letztes Jahr rausgekommen. Ihr seht, unterschiedliche Farben. Nett sortiert. Dann Fairy-Fantasy. Ist ein bisschen älter. Dann haben wir Days of Old. Sprich, so ein Mittelalter-Fantasy. Königin, König, Prinzessin, Prinz. Eine Hexe und ein Zauberer auf der Seite. Ja, Weihnachten. Nettes Thema. Wir haben hier Glow-in-the-Dike. Halloween-Figuren. Also, absolut ideal zum Dekorieren, wie ihr seht. Dann haben wir hier, ja, Wolperdinger und Co. Die Kryptozoologie. Und hier haben wir Zwerge. Der Herr guckt sogar aus einer Gießkanne. Ist auch goldig. So, dann schauen wir hier ganz schnell weiter. Auf die nächste Seite. Hier gibt es nichts Neues. Ja, ihr seht historische Soldaten, aktuelle Soldaten, Berufe, Drachen, noch mehr Drachen und viel mehr Drachen. Ja, auf der nächsten Seite geht es hier weiter. Ja, ist auch neu. Mache ich auch kurz größer. Hier haben wir zum Beispiel europäische Tiere. Wir haben weißen Storch, einen Wels, einen Wildschwein, einen Auerhahn. Ist ein Habicht, oder? Dann haben wir einen Aal, eine Gämse, einen Rothirsch und einen Dachs. Dann hier die Everglades. Panther, Krokodil, eine Weichschildkröte, Stör und so weiter und so fort. Boah, ich kann nicht alles sagen. Das dauert viel zu lang. Auf der Seite ebenfalls neu australische Tiere. Ihr seht es von der Kragenechse, Känguru, die Riesenweter, Kiwi ist dabei, Brückenechse, Krokodil, Wombat. Dann hier haben wir Ägypten. Hier Sehenswürdigkeiten der Welt. Und hier haben wir Gebäude. Around the world. Dann springen wir auf die nächste Seite. Ja, hier geht es weiter. Werkzeug, Instrumente, Organe. Oh, wo ist denn die Haut? Aber ja, wir wissen ja alle, die Haut ist kein Organ. Hab nicht ich gesagt, aber ihr wisst Bescheid. Okay? Ja, dann haben wir hier, ja, Baufahrzeuge. Hier oben rechts, ja, Zug, Anhänger, Lockschuppen und so weiter. Dann haben wir hier Schiffe. Dann hier Fahrzeuge, Flugzeuge. Auf der nächsten Seite, ja, mystische Figuren, Märchenfiguren, Ritter und Drachen. Noch mehr Ritter und Drachen. Hier oben Elementdrachen, habe ich euch auch schon vorgestellt. Dann Piraten. Jamestown, Leute und Tiere. Und amerikanische Ureinwohner. Hier geht es weiter mit dem Wilden Westen. Astronauten, Bäume. Ja, auch sehr ungewöhnliche Bäume. Dann haben wir hier Obst, Gemüse. Wir haben Blumen. Wir haben gefederte Dinos. Wir haben hier Dino-Schädel und Fossilien. Ja, weiter geht's. Ihr seht, Tubes ohne Ende. Hier, höre ich mal auf mit meinen Erklärungen. Wie schon gesagt, haltet einfach das Video an und guckt es euch in aller Ruhe durch. Also Massen, was Safari hier in den letzten Jahren rausgehauen hat. Das ist schon der Burner. Ja, großartig zum Spielen, zum Lernen, zum Begreifen. Also wirklich zu jedem Thema irgendwas. Es gibt fast nichts, zu was es nichts gibt. Ich bin mal gespannt, was Ihnen noch in Zukunft alles einfällt. Ihr seht, es hört nicht auf. Hier gibt es auch Pferde, Ponys und so weiter. Also niemand wird hier vergessen. Und es hört halt nicht auf. Der Wahnsinn. So, jetzt kommen wir zu den unglaublichen Kreaturen. Und das ist eine unglaublich schöne Serie, wie ich finde. Denn ihr kriegt hier Tiere, die auch teilweise ein bisschen größer skulpturiert und umgesetzt wurden. Und die sehen wirklich klasse aus. Also ich habe hier, glaube ich, fast alles bei mir zu Hause, was es davon gibt, weil es einfach eine wunderbare Serie ist. Genauso wie die Wildlife Wonders. Die werden hier auch noch kommen. Und hier sehen wir auch ein paar Neuheiten. Darum mache ich hier mal kurz ein bisschen größer. Hier haben wir zum Beispiel eine Diamantklapperschlange. Großartig in der drohenden Haltung die Rassel auch aufgestellt. Der Wahnsinn. Dann haben wir hier eine grüne Baumbohr. Sieht auch schön aus. Einen sensationellen Leopardgecko, wenn ihr mich fragt. Hier drüben gibt es auch noch einen Axolotl. Leute, was freue ich mich auf den Axolotl. Wie oft habe ich gesagt, zu den verschiedensten Herstellern bringt einen gescheiten Axolotl raus. Mein Gott, so viele Leute haben Axolotl zu Hause. Und wenn der schön gemacht ist, wenn der so kommt, ja, mein lieber Jolli, nicht schlecht. Dann gibt es hier eine Tuatara, eine Brückenechse, lebt in Australien. Ist noch eine richtige kleine Urechse, wobei so klein ist sie gar nicht. Diese Tiere gibt es schon ein bisschen länger auf den Markt. Ich mache es wieder auf Normalgröße. Wir gehen weiter auf die zwei Seiten. Ja, ihr seht hier noch mehr Tierchen. Den Kardinal haben sie ein bisschen umgesetzt. Ja, hier geht es weiter. Schweinchen, Hängebauchschweinchen. Ein großartiger Lobster. Wahnsinn, habe ich euch auch schon gezeigt. Fliegender Fisch und so weiter und so fort. Tolle Geschichten mit dabei. Und ihr seht, hier geht es gerade so weiter. Also echt super schön umgesetzte Tiere. Komme ich immer in Schwärmen. Auch der Einsiedlerkrebs hier ist absolut fantastisch. So, was haben wir hier noch? Genau, die Taucher. Seepferdchen habe ich euch gezeigt. Ich glaube, den Froschfisch haben wir noch gar nicht besprochen. Habe ich auch. Und tolle Taucher. Also tolle Geschichten, die Safari hier im Programm hat. Also komme ich echt wirklich immer in Schwärmen. Auch der Alligator mit den Babys auf dem Buckel. Schönes Modell. Ist zwar hohl, ja, aber hat eine schöne Größe. Genauso wie diese Rotwangenschildkröte. Auch ein tolles Teil. Alle Klasse. Der Kronengecko, das haben wir uns schon angeschaut. Genauso wie die Felsenagame. Das Chamäleon und, und, und. Eine weitere Neuheit finde ich hier nicht. Die grüne Anaconda. Die ist von letztem Jahr. Die habe ich euch auch vorgestellt. Die Videos findet ihr alle auf meinem Kanal. Oh, die Kornnatter. Die brauche ich noch. Die habe ich auch noch nicht. Seht ihr? Gut, dass man ab und zu einen Katalog durchblättert. Jetzt. Jetzt kommen wir hier zur prähistorischen Welt. Und hier seht ihr auch schon den neuen Tericinosaurus. Also der erscheint von Safari Limited. Das Bild findet ihr schon weichen im Netz. Ich habe gehofft, dass man vielleicht noch eine Rundumsicht irgendwie kriegt in Form von Bildern. Aber ich habe leider noch nichts gefunden. So, das mache ich hier wieder größer. Damit man das ein bisschen besser anschauen kann. Den Majungasaurus habe ich euch vorgestellt. Der kommt in echt tatsächlich besser als hier auf dem Bild. Dann gibt es ein neues Brachiosaurus Baby. Also schon sehr einfach gemacht. Aber ja, ist nett zum Spielen. Dann hier der Uta Raptor. Ja, und den haben sie hier halt komplett mit Federn bedeckt. Ja, mal schauen. Vielleicht kriege ich ihn rein. Dann werde ich ihn auf jeden Fall auch vorstellen. Ist schon ein bisschen länger angekündigt. Bis jetzt aber noch nicht bei uns erschienen. So, auf dieser Seite der Stegorus ist ebenfalls eine Neuheit. Hier seht ihr auch immer die Größe entsprechend. Ich sage es nochmal. Wenn es euch zu schnell geht, einfach das Video anhalten. Dann könnt ihr euch das in aller Ruhe durchlesen. Übrigens, wenn ihr hier diese farbigen Viereckchen seht, dann seht ihr immer hier auf der Karte oben rechts oder links, je nachdem wo sie eingeblendet ist, wo die Fundorte dieser Tiere hier waren. Ja, finde ich also toll. Ihr könnt gleich ein bisschen was lernen. Dann haben wir hier ein Estemenosuchus. Nicht ganz so groß wie der von Collector, den wir besprochen haben. Und hier halt der Tericinosaurus. Ich finde nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt, wie er kommt. Einzig, was mich immer ein bisschen irritiert, ist dieses Teil hier am Bauch, am Schwanz, was ein bisschen aussieht wie ein Kettenhemd. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Kann aber sein, dass wenn er rauskommt, dass das besser aussieht. Der Tericinosaurus hat hier immerhin eine Höhe von 16, also fast 17 Zentimeter. Finde ich cool mit dem etwas blauen Kopf, weißer Hals, brauner Körper. Natürlich hier alles mit so Federn überzogen. Nur der Bauch. Ein bisschen, ja. Aber das geht noch. Was gar nicht geht, meiner Meinung nach, tut mir leid, ist tatsächlich dieser knallbunte Kentrosaurus. Also ist Spielzeug, klar. Aber da bin ich persönlich tatsächlich echt raus. Das ist mir zu drüber. Okay. Ist aber nur meine Meinung. Gottes Himmels Willen. Nur meine Meinung. Muss nicht eure sein. Und das ist auch gut so. Okay. Also dann gehen wir hier wieder auf die normale Größe. Springe weiter auf die nächste Seite. Hier sehe ich keine Neuheit. Hier auch einige Dinos, die ich euch schon vorgestellt habe. Ich glaube, der Spinosaurus hier oben hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ist aber ein Riesenteil. Ja. Und jetzt wird es hier über ein paar Seiten nur Dinos geben. Das hier ist übrigens der gefederte Tyrannosaurus Rex, den ihr eben auch schon bei Dino Dana gesehen habt. Das hier ist aber die ursprüngliche Färbung. Die ursprüngliche Bemalung von diesem wunderbaren großen T-Rex. Ja. Ich weiß gar nicht. Ist es mittlerweile eigentlich durch, dass T-Rexe tatsächlich keine Federn hatten? Es wurde ja mal vermutet. Und ich glaube, mittlerweile gibt es da irgendwie neue Erkenntnisse, dass die großen Tyrannosauriden keine Federn hatten. Irgendwie sowas habe ich gehört. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Ja. Hier noch mehr Dinos. Hier auch wunderbare Flugsaurier mit dabei. Albertosaurus haben wir uns angeschaut. Genauso wie diesen Gigantosaurus. Die Flugsaurier sind hier auch wirklich schön gelungen. Dann haben wir hier urzeitliche Meerestiere. Den Quastenflosser gibt es heute noch. So, hier seht ihr ein paar älter wirkende Modelle. Und ja, Pflanzenfresser. Was haben wir hier noch? Ihr seht, Safari hat ein riesen sauriger Sortiment Urzeittiere. Also wenn ihr die alle bei euch zu Hause habt, ja. Dann gibt es ja auch noch extra große Dinos. Man sieht es ja schon, was die Größe angeht. Ja, alleine der T-Rex hat hier schon 30 Zentimeter in der Länge. Ja, und der Apato ist hier gleich mal 40 Zentimeter groß. So, dann kommen wir hier zu den Drachen. Und hier gibt es wieder einige Neuheiten. Darum mache ich das hier gleich wieder ein bisschen größer. Ja, ganz krass, der Fairy Rainbow Dragon. Ja, also der ist so, boah, ne. Genauso wie der Party-Drache. Auch der ist, boah. Ich meine, wenn ihr Spaß haben wollt mit Drachen, überhaupt kein Thema. Kommen die exakt genau richtig. Ja, sind halt eher lustige Drachen. Finde ich gar nicht so schlecht. Denn es muss nicht immer bierernst und gefährlich sein. Auch mit sowas kann man definitiv Spaß haben. Überhaupt kein Thema. Wenn ich sie kriege, werden auch die ihren Platz in meiner Sammlung kriegen. Ja, habe ich mich jetzt gerade sagen hören. Aber ja, ist ganz einfach so. Drachen, da werde ich schwach, ne. Hier oben, oh, der Good Luck Dragon. Der ist schon ein bisschen älter. Gibt es auch noch ein Baby dazu. Dann hier, der Höhlendrache. Den gibt es auch in der normalen Bemalung. Hier jetzt halt Glow in the Dark. Und hier unten ebenfalls eine Neuheit. Ein Roboter-Drache. Und der ist, glaube ich, auch entsprechend beweglich. Also man kann den Schwanz anscheinend bewegen. Man kann die Klauen, die Krallen bewegen. Man kann das Maul öffnen. Ob man den Hals bewegen kann. Puh, ich werde sehen, wenn ich ihn hier bei mir auf dem Tisch habe. Denn den werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Ist ein einfacher Drache, aber ist nett. Ist schon absolut okay. So, was haben wir als nächstes? Ja, keine neuen Drachen. Die kennt man alle schon. Einen oder anderen habe ich euch auch schon vorgestellt. Hier, ne? Der Friedensdrache. Und ihr seht, sind halt wirklich absolut unterschiedliche Geschöpfe. Und das gefällt mir sehr gut bei Safari Limited. Das ist schon klasse. Hier auch ein Steampunk-Drache. Ja, den Schneedrachen gibt es normal. Und als Glow in the Dark-Ausgabe. Der Lava-Drache ist ein Hammer. Weibern und, und, und. Also Drachen, ihr seht es ohne Ende. Auch die asiatischen Drachen sind hier sehr schön gelungen. Und dieser Wüstendrache in Skorpion-Form ist auch der Burner. Ja, klasse Teile. Ja, und von den Drachen geht es hier zu den mythischen Reichen. Auch hier mache ich wieder größer. Denn wir haben hier, ja, neue Meerjungfrauen. Wie ihr seht, ja, für jeden was dabei. Es gibt einen Regenbogeneinhorn. Was es ja auch schon bei anderen Herstellern gibt. Also Meerjungfrauen und Regenbogeneinhorn. Es müsste noch eine Neuheit kommen. Genau, der Basilisk. Den mache ich euch auch noch größer. Der ist nämlich auch klasse. Freue ich mich drauf, werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Hat er für eine Größe 15 Zentimeter. Okay, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Cooles Teil. Ich mag so abgedrehte Viecher. Genauso wie daneben den blauen Phönix. Dieses Mal in Transparent gegossen. Den gibt es auch blickdicht. Da hat er schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ist also keine wirklich neue Figur. Nur halt eben in dieser Umsetzung. So, die anderen Geschichten kennen wir schon. Die sind alle ein bisschen älter. Werwolf, Bigfoot auch mit am Start. Großartiger Behemoth. Und Safari Limited hat ebenfalls einen Yeti. Und den Mottenmann. Leute, ne? So, hier seht ihr den Phönix dann in Rot. Hat allerdings einen blickdichten Hauptkörper. Nur die Flügel haben sie hier transparent gemacht. In diesem Orange-Gelb verlaufend. War auch eine coole Figur. Leviathan ist großartig. Das hier ist nicht fluffy. Das ist ein normaler Cerberus. Dann hier oben. Die Dinosaurier mit Rüstung. Ich weiß nicht, ob die gut ankamen. Also Dino-Fans wollten es bitte schön ohne Rüstung haben. Ich finde es aber gut, dass Safari Limited das hier so umgesetzt hat. Mir gefallen die Dinger saumäßig gut. Hätten gerne noch ein paar andere rauskommen können. Ja, man wird sehen. Die Zeit wird es zeigen. Aber ich glaube, sie sind nicht wirklich gut angekommen. Sonst hätte es schon wieder Nachschub gegeben. Aber ja, mal sehen. Mal abwarten. So, hier weitere mythische Tiere. Hier haben wir das Einhorn in Pink. Das andere ist baugleich. Nur halt mit einer Regenbogenbemalung. Genauso wie der blaue Puroa. Den gibt es auch in Rot. Aber den haben sie hier gar nicht mehr im Katalog drin, wie es ausschaut. So, was haben wir hier noch? Ja, jetzt kommen wir zu Wild Wildlife. Wild Wildlife Wonders haben die auch mal eine Zeit lang geheißen. Und das sind extra große Tiere. Ja, ich vergrößere das mal. Denn auch hier haben wir eine Neuheit. Und das ist hier dieser. Ihr seht schon, der hat eine Länge von 21 Zentimeter. Oder hier der Grizzly. Fast 24 Zentimeter lang. Also, und den in Masse. Die sind riesengroß. Die Figuren sind zwar hohl, sind nicht massiv gegossen. Sonst wären sie definitiv zu schwer. Aber wunderschöne Brocken. Das kannst du anders nicht sagen. Haben zwar auch so ihre Problemchen. Denn die Körper, wie schon gesagt, sind hohl. Und wurden quasi so mittig teilweise zusammengesteckt, zusammenmontiert. Das ist teilweise nicht ganz so prickelnd gelungen. Aber das sind schon wirklich super schön umgesetzte Wildtiere. in einer ganz besonderen Größe. Wenn euch das interessiert, habe ich fast alle da. Zumindest alle die, die mir gefallen. Könnte ich auch mal besprechen. Und ihr seht, gibt es auch noch andere. Alleine dieser weiße Tiger und der. Die sind natürlich baugleich. Ist genau das gleiche Modell. Nur halt der in weiß, der halt in orange. Die haben halt auch schon eine Länge von knapp 25 Zentimeter. Ist also ziemlich groß. Ja, der Jaguar ist eine Pracht. Und der sieht auch wirklich exakt genauso aus, wie ihr näher seht. Ja, die Bemalung ist exakt genau wie auf diesem Bild. Also großartige Figuren. In einer besonderen Größe. Genauso auch die hier. Super schöne Tiere. Mit dem Nashorn war ich nicht ganz so einverstanden. Aber das ist wieder mal hier. Auch nur meine Meinung. So, dann geht es hier weiter. Auch der Elch ist sehr beeindruckend. Genauso wie der Elefant. Also es sind richtige Brocken. Ja, wenn euch sowas gefällt. Schöne, extra große XL-Tiere. Aus einem sehr angenehmen Gummimaterial. Könnt ihr hiermit überhaupt gar nichts falsch machen. So, dann kommen wir hier zu den Wildlife-Tieren. Die haben alle eine normale Größe. Hier sehe ich allerdings keine Neuheit. Genauso wenig wie hier. Ja, hier die ganzen Raubtiere. Jetzt kommen hier so die Serengeti, die Savannentiere. Und Kamel und Rommel, da haben sie auch noch mit dazu gemischt. Ja, auch hier möchte ich mich gar nicht allzu lange dran aufhalten. Aber ich denke mal, es genügt, um einen schönen Eindruck, eine Übersicht zu bekommen über das tolle Programm. Dann hier Wild Safari, nordamerikanische Wildtiere. Hier werde ich auch kurz vergrößern, denn hier ist ganz neu der Berglöwe hinzugekommen. Ja, Länge 14,5 Zentimeter. So, dann gehe ich hier wieder auf die normale Größe und wir schauen schnell weiter. Hier gibt es sonst nichts Neues. Ja, einen Park Ranger haben wir auch noch mit dabei, wie ihr seht. Okay, also ist auch übrigens schön. Grizzlybär mit einem Lachs im Maul. Sehr, sehr, sehr coole Idee. Also ihr seht, auch hier gab es nichts Neues. Und jetzt kommen wir hier zu den Flügeln der Welt. Wings of the World, Birds. Auch hier gibt es Neuheiten, da mache ich das hier gleich mal größer. Hier gibt es eine neue große graue Eule. So sieht sie aus, dieses Mal seitlich sitzend dargestellt. Daneben haben wir einen afrikanischen Graupapagei. Und ich glaube, das war es dann auch schon bei den schrägen Vögeln. Ja, genau. Auch hier einfach kurz das Video anhalten, dann könnt ihr es euch nochmal in Ruhe anschauen. Auf der nächsten Seite, ja, dann hört es auch schon wieder auf. Und wir kommen zu Winner's Circle Horses, die Pferde. Und da bin ich tatsächlich sehr überrascht. Da gibt es keine Neuheit dieses Jahr. Pferde laufen ja irgendwie eigentlich immer. Und ihr seht, ja, nichts Neues. Den stolzen Friesenhengst haben sie auch noch im Programm. Wir gehen auf die nächste Seite. Ja, hier sind die Pferde auch schon wieder fertig. Und wir kommen zur Safari Farm. So, nächste Seite. Auch hier keine Neuheit. Bei Fleckvieh, Eber und Eselchen. Dann weitere Bauernhoftiere. Hier haben wir auch Hühner. Unterschiedliche Sorten, wie ihr seht. Ein Alpaka ist ja auch mit dabei. Ziegen, Zicklein. Hier kommen wir zu den Schafen. Eine Ente, ein toller Truthahn. Und Best in Show. Hier kommen wir zu den Haustieren. Auch hier mache ich wieder ein bisschen größer. Denn es gibt hier diesen neuen Mops. Rein vom Aussehen her müsste das ein Mops sein. Ich mache es noch ein bisschen größer. So sieht er aus. Der Kollege hier. Der Shiba Inu ist letztes Jahr als Neuheit erschienen. Ja, und hier haben wir lustige Grinsekatzen, wie ihr seht. Mögt ihr grinsende Katzen? Für Kinder garantiert goldig. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit. Wenn man das zwischen realistischen Tieren findet. Als Cartoon Charakter kein Problem. So, weiter geht es mit noch mehr Hunderassen. Der Border Collie mit einem kleinen Halsband. Auch eine sehr schöne Figur. Boxer, Golden Retriever und Co. Und auf den nächsten Seiten kommen wir hier zu Wild Safari Sea Life. Die Seetiere neu dieses Jahr. Dieser Orca Typ D, gar nicht mal so groß, hat eine Länge von 15,3 cm. Ist aber auch eine wirklich schöne Umsetzung. Wirkt alles sehr natürlich in der Bewegung festgehalten. Darunter haben wir den Silky Shark, ein Seidenhai mit einer Länge von 14,5 cm. Die beiden sind hier Neuheiten. Alles andere kennt man bereits. Und auf dieser Seite auch nichts Neues für 2023. Den Eisbär. Den habe ich bei Wild Wildlife vermisst. Denn da gab es auch einen großartigen, riesengroßen Eisbär. Wunderschönes Modell. Ja, anscheinend hat Safari den aus dem Programm genommen. Das ist ja interessant. So, dann hier weitere Wale und Eukas. Ihr seht die unterschiedlichen Typen, die unterschiedlichen Darstellungen. Auf dieser Seite noch ein paar Seetiere, inklusive Seestern, Hammerhai, Weißer Hai. Haie ohne Ende, wie ihr seht. Also auch hier haut Safari alles raus, was geht. Noch mehr Haie. Das ist ja der Wahnsinn. Und auf der rechten Seite kommen wir zur Safariologie. Das ist eine Serie mehr oder weniger mit Lebenszyklen zu verschiedensten Tieren. Ich glaube auch Pflanzen. Lebenszyklus einer Ameise von einem Frosch. Dann geht es hier weiter. Hirschkäfer, Motte, Moskito, Fisch, Wurm, Spinne. Aber auch nichts Neues mit dabei. Nee, Schmetterling, Schildkröte, Marienkäfer, eine Biene, ein Huhn. Ja, und hier eine Bohne. Okay. Dann hier ein Set mit Planeten, wie ihr sehen könnt. Die Entwicklung, die Evolution des Menschen. Da fehlt übrigens noch ein Hornochse. Sorry. Hier diverse Accessoires, Teleskope und Co. Ja, hier ebenfalls Zubehör zum Spielen, zum Forschen, zum Entdecken. Auf dieser Seite, ja, haben wir noch einige Schnapper. Die kennt man ja auch aus Heftbeilagen zu verschiedenen Magazinen. Dann haben wir hier Panorama-Poster. Hier, 1,63 Meter breit. Müsst ihr euch mal geben, der Hammer. Entweder die heutigen aktuellen Tiere oder halt die Dinosaurier. Ja, und ich glaube, damit kommen wir hier auch zum Ende. Ja, Spielen ist wichtig, gerade für Kinder. Und wir kommen hier tatsächlich zum Ende. Ja, das war's. Das ist er. Der Safari Limited Katalog für 2023 endlich erschienen. Wir haben lange drauf warten müssen. Safari hat ja die ganzen Neuheiten das ganze Jahr über verteilt. Über Facebook und ihre eigene Homepage. Und jetzt hier nochmal zusammengefasst im Katalog. Ja, was ich tatsächlich vermisse, sind die Fossilien- und Insektenkoffer. Vielleicht ist das eine Website-Exclusive-Geschichte. Ich kann es euch nicht sagen. Habe ich jetzt hier drin nicht gefunden. Der Tericinosaurus. Jetzt haben wir ihn hier nochmal im Prospekt gesehen. Hier haben wir ihn. So sieht er aus. Mit Kettenhemd. Ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt, wenn die Figur vor einem steht. Und Leute, 180 Seiten Figuren. Das ist schon der absolute Hammer. Ich finde es auch cool, dass Safari immer noch ein paar ältere Figuren mit im Programm hat. Aber ihr seht ja, die eine oder andere Figur verschwindet auch über die Zeit. Ja, was willst du machen? Also, wenn euch da noch was fehlt, unbedingt schauen, dass ihr es noch kriegt. Zu dem Preis, den man sich auch noch gerne leistet. Leute, dann sind wir hier durch. Ja, ich freue mich sehr auf einige Neuheiten. Sobald ich die da habe, werde ich die auch definitiv hier vorstellen. Ist ja klar. Jo, ansonsten, danke schön fürs Reinschauen. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay! Bis zum nächsten Mal.